Yo! Was geht ab? Willkommen heute zurück zu einem weiteren Minecraft Reaction Video. Wir Reaction auf Videos im Internet and this is awesome. Yeah! Leute, wir reagieren heute auf ein cooles Video, was ich hier gefunden habe. Und zwar ist das anscheinend ziemlich, ziemlich dumm, bescheuert, bekloppt, dumm und auch ein bisschen Kacke ist auch dabei, Leute. Denn wir reagieren heute auf die dümmsten Minecraft-Animationen, die es überhaupt nur gibt auf diesem Planeten. So, ich will nicht lange rumfackeln lassen, da oben nach oben da, falls es euch gefällt. Und ich würde sagen, let's go, Freunde, ab rein da. Und zwar nennt sich das Video Monster's Ghoul Death Worm Minecraft Animation. Unter meinem letzten Reaction Video meinten ein paar Leute, also um genau zu sein, waren es zwei, meinten zwei Leute, dass ich mal bitte auf dieses Video reagieren soll. Und ich habe mir halt gedacht, yo, kann man eigentlich mal machen. Habe dann kurz reingeschaut und das war mega witzig und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir fackeln jetzt nicht lang rum, falls euch das Ganze gefällt, da oben nach oben da. Und, äh, ja, ich würde sagen, lass anfangen, oder? Let's go! Oh, Mann. Das sieht aus wie ne riesen Kackwurst, ne? Wer animiert so etwas? Alles klar. Was ist denn mit der los? W-T-F Was ist das? Was ist das? Wie macht die da gerade Box? Die Katze hat den... Okay. Also ich möchte nochmal kurz sagen, ich glaube, ich werde den Titel... Also ich weiß nicht, ich glaube, ich werde den Titel zu die verstörendsten Minecraft-Animationen auf der Welt statt zu den lustigsten Minecraft-Animationen ändern. Was in drei Teufels Namen passiert da gerade? Das fühlt sich an, als hätte ich irgendwelche Drogen genommen oder sowas. Hä? Alter, was ist denn da los? Junge, Junge, Junge. Okay, ich muss sagen, damit... Also ich habe schon, wie gesagt, vorher mal reingeskippt oder sowas und das sah schon recht lustig aus. Aber das... Das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Das ist so absolut... Absolut bescheuert. Bitte. Tötet mich. Tschüss. Die Riesen-Kackwurst. Ist richtig unter Adrenalin gerade. Ja, friss den, der hat dich angespuckt. Los. Das geht nicht. Das ist voll assi. Oh mein. Oh mein Gott. Der Gas wollte gerade abhauen. Jetzt verstehe ich, warum mir die Zuschauer das in die Kommentare geschrieben haben. Shoutout geht raus an die, die mir das in die Kommentare geschrieben haben. Ist das so unglaublich doof? Junge, Herobrine steht die ganze Zeit schon da. Als ob der Aussuchen da fett ran ist, oder? Aufkommen, Slime mit den dicken Augen. Jawoll! Der Enderman ist schon ein bisschen fies. Der hat auch eben den Dings einfach runtergekommen. Wasted. So nice. Oh mein Gott, was ist das für eine Kacke? Oh ja, jetzt wird die Riesen-Kackwurst böse, Leute. Nailed it, man. Nailed it. Oh, Junge. Richtig stark gemacht. Richtig stark. Das ist so schlecht, dass es schon wieder geil ist irgendwie. Do it! Let's go. Jetzt muss der Zombie-Pigman rein. Wie ist das denn? 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 Gott, es geht hier. Also gleich ist, glaube ich, eine andere Dings. Okay, wir gucken es jetzt einfach mal weiter, Leute. Es kommt gleich noch was anderes dazu. Das ist jetzt, glaube ich, diese Wurm-Animation. Alter, aber hat der diesen Riesen-Amba her? Warum spucken die denn alle auf den Boden? Voll ab bei Hause. Ciao. Alles klar. Alles klar. Kurze, kurzes Fazit dazu. Was habe ich mir da gerade angeschaut? Was haben wir uns da gerade angeschaut? Ich bin nicht der Einzige, der hier verrückt ist. Ihr habt das gerade mit mir zusammen bis hierhin geguckt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Leute, schreibt mal Hashtag dumm in die Kommentare. Soll ich weiter gucken? Ich bin nicht sicher, Mann. Ich bin nicht sicher. Doch, wir gucken weiter. Das sieht schon lustig aus. Ich glaube, das war sogar das, wo ich kurz reingeschaut hatte. Er hat einfach seinen Kopf verloren. Ja, da ist er einfach noch. Oh. Ciao. Alles klar. Hey, warum ist der verkehrt? Warum? Wie absolut random. Äh? Hä? Hä? So Knuckles, oder? Heißt er so? Ich glaube schon. Hä? Die können durch Lava laufen? Alles klar. Hä? Als ob? Das schafft er doch im Leben nicht, oder? Ja, das schafft er doch niemals. Wie soll der das denn schaffen? Oh, 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 oh. So. Schlecht episch gemacht. Warum darf eigentlich Herobrine alles bestimmen? Da unten stimmt noch der Witherskeletten. Nee, der surft jetzt auf dem. Er surft auf ihm! Was macht er denn da? Was? Geh schnell weg da, das Ding! Ja. Vorsicht, vorsicht, vorsicht! Nein, nein, nein! Okay, perfekt. Oha, der Zombie ohne Gehirn schafft das! Junge, das guck ich mir grad an. Ich fieber aber richtig mit gerade. Der snipet dir einfach weg! Die ganze Zeit, ne? Skelett! Ab rein da! Oh, no, 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 no! Der hat gar keinen Bock. Ah, der Whip- Dings ist auch noch am, ähm, am Leben. Hier der Enderman. Und tschüss! Oh, kacke! Oh, kacke! Ist jetzt durch die Kreise durchgeflogen. Oh, daneben! Ah, der trifft den nicht, weil der so dünn ist, ne? Hm? Nein! Hä, der Enderman kann sich ja eigentlich komplett rein teleportieren, oder? Hihihi, nice! Lauf, 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 lauf! Ja! Der hat's geschafft, oder? Er hat's geschafft! Guck mal, die Arme liegen so perfekt da drin. Hey, ein Geschenk! Ich versteh' die Welt nicht mehr. Ich versteh' die Welt nicht mehr. Junge! Mit diesem Frontflip, Leute, hat er sich abgemacht. Oh, oh mein, oh mein Gott, ja? Oh mein Gott! Was? In drei Teufelsnamen. Das war hart. Das war richtig hart. Aber geil! Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken, Leute. Falls ihr nochmal so ein Video haben wollt, wo ich mir so eine absolute Kacke angucke, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr beim weiteren Video. Checkt meinen Zweitkanal aus. Da kommen nämlich jeden Tag neue Videos um 16 Uhr. Und ich würde sagen, Leute, ich bin raus. Peace out! Oh mein Gott, das hab ich mir da angeguckt.